herzliche grüße euer fotograf mit der fliege heute auf der dachterrasse hier in bernau bei wunderbarem wetter in kürze werden wir unten im alten rathaus eine trauung machen und ich werde dabei sein und wunderbare fotos für mein braut von die gäste machen ja vielleicht auch bald hier oben auf der neuen dachterrasse bis bald euer markus und tour